Gib mir deine Mütze, du Drecksack! Ja, warte, eine Flasche kann gleich nur jemand haben. Ich? Hast du dann zwei? Ja. Ich mach mir da raus, jetzt so ne kleine Tarnmütze. Oh, wie viele Flaschen hast du jetzt voll im Winter? Ähm, ich hab jetzt nur hier Blackberry Juice, aber da trage ich dir eigentlich erst mal. Ähm, Marcel, lass ich noch ne? Ich hab auch noch, ne? Ich kann auch noch geben. Wie viel hast du denn insgesamt? Sieben Flaschen insgesamt, davon jetzt vier Blackberry Juice, und die anderen drei mag ich jetzt noch. So. Ja, dann lass das, was du sieben hast, dann lass so oft denn, dass jeder drei voller hat. Also ich hab jetzt 65... Weil mit drei kriegst du dich immer auf 100%. Also eigentlich mit zwei, weil Blackberry gibt 50%. Also mir reicht vielleicht nur eine Flasche, also ich brauch nicht tausend Flaschen. Ja, aber mit Purified kommst du auf wie viel? Äh, äh, Purified ist, glaub ich, äh, 25. Äh, 35 oder so. Oder 40, ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber wir müssen uns weinen, ne? Der Raucher und so, die lockt die Zunge an, glaub ich. Ne, doch nicht, aber äh... Alles klar, ich hab jetzt drei Purified Water im Inventar. Guckt, ob ihr das auch so oft habt, dass ihr das hinkriegt. So, warte mal, ich hab jetzt meine drei und einmal hier und da. Ja. So, Essen hab ich auch auf 100%. Ja, zwei liegen jetzt auf dem Boden, mehr brauch ich nicht. Ja, oder hast du eigentlich auch drei Stück? Ja. Ja, ich hab jetzt auch drei. Also haben wir jetzt alle drei volle Flaschen. Ja, dann lass mal da nach oben gehen jetzt. Ich hab drei volle. Du blutest. Du blutest. Du blutest. Ja, ich weiß wo. Du blutest. Du blutest. Mein Gott, das spritzt ja richtig aus in der Kehle raus. Die hat dich am Hals getroffen. Ich glaub, der Fussel, der Fussel ist infiziert für ein bisschen ganz schwer. Ja. Guck mal, die hat da in der Hand. Gebt mir da. Ne Machete. Ne, wieso, wenn du da reingepackt hast und dir da hingbleibt. Manchmal haben die halt diese Mega-Loot-Backs. Ich glaub, das hat irgendwie damit zu stunden, ob die jetzt den Spieler getötet haben oder nicht. Ne, glaub ich, weniger. Boah. Wir müssen weg, ja. Ich find das geil, ey. Ja, komm, weg hier. Ja, die Gegend ist eigentlich cool, ne? Abgelegen. Na in der Base, Na im Governor Place. Ey, er hat einen Bogen in den. Guck mal, der hat einen Bogen. Leute, weg, weg, weg. Boah! Echt wer? Ich brauch einen Rucksack. Aber wenn du jetzt ein Disconnect hast dann frohe Weihnachten, ey. was geht denn hier ab ähm Stefan, du hast da so viele Dinge, da könntest du mir dann vielleicht wieder welche drum weil ich hab jetzt äh, Bandagen vielleicht irgendwie vier Stück oder so, wenn das geht nicht usen, Mann, fick dich boah ich brauch keinen, ich hab ja einen uah, ja ja, alles gut ja, ja, alles gut boah, das ist wie bei Walking Dead hier, ey boah, wir rufen da an, ich hab ja nicht rangehen trotzdem war bei mir das Telefon, hm ne, das hier, aber ich äh, Zombie da oben ist meiner ich will erst mal safe sein, bevor ich dran geh meine Fresse ist keiner da ja ich war da hinten 9000 Zombies und Lagerfeuer ich denk auch irgendwann reagieren die richtig darauf mit der Lagerfeuer haben die schon schon, deswegen kam die auch immer so schnell an ja, deswegen wundert er immer mehr, weil wir auch so lange auf einem Platz haben so, warte mal eben, du brauchst keinen Setscher, hast du gesagt nein, mach den kaputt, damit den kein Spieler, falls du stirbst ach, cool, ja, ob er erst mal wärm fahren hier ich glaub, er soll ja hier ein Rucksack ach ja, stimmt, der ist ja ein Rucksack die Backberries weg sind nein die die Mongos, ey, geh weg ich sag erst Backman, ey da, 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 da ja, komm, jetzt bleibt man sie mal aufpassen da oben ist er da oben ist er da oben ist er oder ist das die Base? ja, das ist eine Base, das sieht man da ist nämlich eine Rampe und alles also, sollst du das mal bitte eben kurz hinhocken weil dann kann ich nur einmal kurz was zu trinken holen gucken, wer angerufen hat wo wir hier starten kurz am Waldrand rein oder so in Versailles jo, es war wieder da ja wir haben zwei Möglichkeiten entweder umgeben wir das Bike gehen von hinten rein am besten ja, ich sag ja, entweder umgeben wir das Bike gehen oder wir rennen vorne durch und müssen dann um den Berg rumlaufen was ein Tag heute, ey, so komisch so komisch ja, total oldie, ey aber ich werde so Blackberry juice zwei Stück herstellen ey, nice mal immer dritte jo zombie kommt süße ja eier aaaaah aaaaah 60% da konnte ich nichts für, tut mir leid da konnte ich nichts für, tut mir leid da konnte ich nichts für, tut mir leid ja verarschen verarschen ja ich achte, ich pass auf den Stefan aber nur auf ja ja man kann doch wenigstens Bescheid geben, dass man nicht da ist ich hoffe, wir wären ja auch kurz AFK und will nix sein und wenn wir vor der alle tot sein und will nix sein und wenn wir vor der alle tot sein ich wollte einmal ganz schön hier kurz nen Trade aufmachen äh, für Connors Factor ich wollte einmal ganz schön hier kurz nen Trade aufmachen äh, für Connors Factor ja rate wer AFK ist ah, was wollt ihr denn schon wieder? äh, nicht also hinne machen, guck mal nach vorne wieso ja, guck mal hier in unsere Richtung hier, da, in die Richtung nein Stefan, da steh ich nicht ich bin hier Ja, also versuch einfach mal mit'n Bogen wegzumachen. What the fuck? Oh komm, die nehmen wir da eine her, hier. Was lustig ist, die bewegen sich grad genauso wie in der Ladeanimation, wenn die langsam laufen, ne? Warte, ich mach die. Warte, ich nehm den nächsten hier. Ja, die haut auf den, die nehmen's. Sonst ist auch noch was. Wer ist er denn? Edna, warum, warum tust du den weh, der dir nur nix getan? Verarschen? Wenn man dann 3 Stück reingeht. Ne, dann gestimmt. Ich, ich, Guck, bitte. Alter... Da müssen die ganzen Sachen mal mit damit tun, ähm. Die, äh, zerstört Kappen oder so, kaputt machen kann, dann kannst du ja daraus ja ja ich schredde auch immer alles wir müssen hier weg ja kommt weg hier die gründen überrennen uns früher man muss immer ein ist total geil geworden deswegen ist es eine richtige zombie apokalypse ist hier nicht so langweilig weiß wenn zigzag buggy buggy und dann wirst du froh sagen das hinten rein oder so wie früher bei infestation mit diesem scheiß random hits das war auch doof trotzdem war besser als daisy was ist das hier für große fische ja ich weiß aber dass die so groß sind hier hinten wo er hier ist auch von er ist auch eine bestand den haus gemacht wenn man zum beispiel irgendwo ein haus hat und man baut um das haus mit foundations hier siehst du ja oder ja hinten steht sogar ein auto drin oder aber ich bin müde ich muss gleich immer schlafen ihr habt doch so lang geschlafen ich wollte gerade sagen ich bin mir überlegt halt um irgendein haus was schon existiert komplett eine base rumzubauen das wäre auch gut und dann gehst du von außen in irgendeine base rein und von an der anderen seite machst du auch eine tür raus dass du wieder raus kannst und dann hast du quasi so ein geschütztes haus in der mitte wo du wirklich wohnst ja oder oder wir wollen im haus kannst du ja herz und alles bau und das geht ja oder oder wir machen einfach eine base an der tankstelle und dann haben wir die tankstelle mit als base und dann nutzen wir können da oben drauf rumhüpfen und so ein tankst ja doch ich lichte mal boah und so klasse endlich geil brauche ich mal die schofelte scheiße ah ich lief nur so eine frühbrecher maske hier im kühlschrank ist eine dose karotten wenn da jemand hunger hat ja und hier liegt noch eine maske und hier liegt noch eine maske geil ich nehme ich nehme armbrust ja die habe ich mir schon reserviert du arg hab ich doch gerade gesagt egal da oben liegt eine revolver aber nehme ich nicht mit ne ja unten liegt auch einer ich werde glaube ich ich weiß gar nicht ah ich nehme mal die schruttelnd unten damit ich habe noch einen baffenslot frei hört ihr mich? hallo hallo? ja hallo hallo gerade wenn jemand meine schruttelnd dann kann ich die Armbrust nehmen keine Antwort ist es du? ich nehme mir die schruttelnd der Vogel ich nehme mir die Armbrust also das habe ich gehört dass du die Armbrust nehmen wolltest hier liegt unten sehr viel essen hier unten ist am Bett Bank ne und ich lege die ab pills wenn sie die Armbrust nehmen es gibt mehr wo du das ist auch noch das ist der schruttelnd... ja ist der schruttelnd wo ist die Werks Nummer Unten im Teller immer noch Und die liegen auch ganz viele Masken Also diese Blue-Full-Rage Liegt hier bei mir Und ich lege auch hier die Munition dazu Hier liegen viele Pistolen und so rum, ne? Aber die Pistole brauchst du glaub ich gar nicht mehr mitnehmen, oder? Wie geht ihr denn dann mit Pistole? Also ich spiel jetzt hier mit der... Wenn ihr die 380er Muni-Dinge habt, dann sagt Bescheid Ich hab hier die Pistole für euch, ich hab 5 Kugeln Ja, dann mach doch weg, dann hau die für die Sachen raus hier Äh, für ganze Dismental Ach ja, für die Sniper-Gewähre, ne? Oh, das hab ich jetzt Ich überleg grad, ob das sinnvoll ist, weil ich mal mit Schrotflinte und AK zu spielen Ich nehme lieber die Magnum, die Magnum ist gut Eben, manche, ne? Als welche Waffe? Also spielst du jetzt Sniper und Magnum, oder was? Nein, den Sniper hab ich ja nicht mehr Ach, du hast ja Armbrust als Long Range, ne? Ja Ah, ich hab nur 3 Kugeln für mein Revolver Hat einer zufällig noch einen Bullet Compound? Ja, hab ich Hier, hab ich schon gelegt Jo, danke Dann hab ich jetzt wenigstens... Schrotflinte kannst du mir geben, die hab ich im Moment Ich hab jetzt 4 Kugeln, 6 passen in meinen Slot rein Jo, danke Welchen Waffen spielst du jetzt, Marcel? Moment Ich hab das Schatzschützengewehr mit Bronzern und Munition Ich hab jetzt 3... was hat das nicht passiert? 4 würde ich schon Ja Aber ich hab im Moment jetzt AK und Sniper, aber ich werd glaub ich die... äh ne AK und Schrotflinte... aber ich werd die Schrotflinte wahrscheinlich beide Sniper Ja Ob auch einer Marragen? Ja Ja, ich bräuchte wieder welche Weil ich hab wieder nur 2 Stück Ähm, ich hab auch nur Essen, ich hab jetzt hier äh... 3 Essenspakete und ich bin in der Wohnung Ach, Essen wird jetzt auch erstmal wieder gut Was bringen diese Packs eigentlich? Ich glaub mehr Essen als sonst Ich glaub mehr Essen als sonst Na, small amount Lol nice Ich hab auf dem Balkon 3... 300... ach nee, ich war mal 3 Achter, ne? Das ist doch Sniper... äh, wer hat Sniper gewählt? Ich hab 3 Kugeln 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 Kannst du mir dann in der Zeit hier die Dings geben? Kannst du mir dann in der Zeit hier die Dings geben? Hier, ich geb dir auch 2 Tüten zum Essen, meinten Oh, ich hab genug... behalt, behalt Äh, wer braucht Essen von der Schlöte? Äh, ich bin satt Dann hab ich ihn reich Danke So viel, 8 Stück Oh, die Tür musst du... Lass auf mich los, der Zombie Ich bin mit ihm... Traumss Im Spiel ist jetzt sehr oft neblig, ist mir aufgefallen Äh, aber Regen gibt's noch nicht, ne? Ich hab noch kein einziges Mal ins Regen gesehen Ich hab letztes Mal mal Regen Okay Kann jetzt irgendeiner mal von eurer Empfehlung aussprechen? Was denn? Ich will nachher wieder auf Sniper switchen Welche Waffe dafür weglegen? AK oder Schmupflinte? Weil die Schmupflinten AK kommen, die ist irgendwie sinnlos Äh, ich will Schmupflinte Ich will euch Schmupflinte Ich will euch Schmupflinte, weil die AK ist gut Im Nahkampf vor allem, dann ist das keine Chance Ah, wieder weg Ich will euch schmupflinte Ich will euch schmupflinte Ich will euch schmupflinte ganz